Heute möchte ich dir einen ganz tollen Tipp an die Hand geben, wenn Dinge für dein Kind gerade schwierig sind und es vor lauter Hilflosigkeit verzweifelt. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Ich möchte dir heute eine ganz persönliche Geschichte erzählen und sie hat einen ganz besonderen Stellenwert in unserem Familienleben, weil sie uns damals als Eltern sehr berührt hat und etwas Magisches mit unseren Kindern gemacht hat. Und zwar war es ja so, dass es Januar 2020, glaube ich war, ein massives Brandproblem in Australien gegeben hat und wir haben versucht, unsere Kinder von den Nachrichten etwas fernzuhalten, weil es einfach viel zu belastend für sie gewesen ist. Aber es blieb leider nicht aus, dass die Neuigkeiten natürlich aus Schule und Kindergarten irgendwie doch zu unseren Kindern gelangt sind. Und eines meiner Kinder brach an einem Abend den Tränen aus und trauerte um jedes einzelne tote Tier in Australien. Und sie hat nicht nur geweint um die toten Tiere, um die verkohlten, blattlosen Bäume und um die Menschen, die ihr zu Hause verloren hatten. Sie hat geweint, weil sie hilflos war und sie nichts tun konnte. Für sie war es so schwierig, einfach zuzuschauen und nichts machen zu können und ihren Alltag so weiterzuleben, als wäre für sie alles normal. Weil wie kann denn für sie alles normal sein, wenn so viele Menschen gerade ihr Zuhause verlieren? Und ihre Tränen haben mir die tiefe Verbundenheit gezeigt, die sie zu dieser Welt, zu ihren Mitmenschen und zur Natur empfunden hat. Die tiefe Verbundenheit, die in ihr schlummert und eigentlich in uns allen schlummert. Und der Schmerz, den sie in diesem Moment gefühlt hat, der hat gedroht, sie zu überwältigen. Und ich selbst habe mich tatsächlich sehr, sehr hilflos gefühlt, weil ich hielt sie in meinen Armen und fühlte ihren schluchzenden Körper und ich konnte nichts tun. Ich wusste selbst nicht, wie ich ihr jetzt durch diesen Schmerz und diese Ohnmacht helfen könnte. Und sie hatte das Bedürfnis, etwas zu tun und ich wollte sie mit diesem unerfüllten Bedürfnis nicht einschlafen lassen. Und ich wollte sie mit ihrem traurigen Herzen nicht alleine lassen. Ich wollte ihr ein Werkzeug an die Hand geben, um sie mit dem Gefühl, auch in diesem Moment selbstwirksam zu sein, in diesem Moment die Verbundenheit zu dem, mit dem sie sich verbunden fühlt, erleben zu lassen. Und sie praktisch befreiter und lockerer und leichter und erfüllter in die Nacht zu entlassen. Und ich erinnere mich an einen Moment, wo ich selbst, ich glaube, ich war ungefähr acht und ich saß im Garten und unsere Erde war ganz trocken und rissig. Und in dem Moment ist mir auch ein Weltschmerz in mir ausgebrochen. Das klingt jetzt vielleicht für viele Zuhörer albern, aber ich habe in dem Moment gefühlt, dass wir für die Natur verantwortlich sind. Und wenn wir nicht mit ihr gut umgehen, dann leidet sie und geht kaputt. Und dafür war symbolisch dieser Riss in unserem Garten. Und ich weiß noch, es war sehr, sehr sonnig und ich bin dann ins Haus gegangen, habe Wasser geholt und habe diesen Riss gewässert und wieder zugemacht. Und das war für mich ein Moment, wo ich ein Pflaster auf meine Wunde sozusagen gelegt habe. Und ich glaube, deswegen konnte ich auch dieses Gefühl, das sie in diesem Moment gehabt hat, sehr stark nachempfinden. Oder nicht nur sie, sondern meine zwei größeren Kinder. Und wir haben was ganz Besonderes gemacht an dem Abend. Wir haben gemeinsam als Familie visualisiert und wir haben begonnen, unsere Wünsche für das wunderschöne Australien auszusprechen. Und ich weiß auch noch, ich hatte ja gerade meine erste Schwangerschaft, war die härteste von allen. Und ich war sehr ohnmächtig. Ich wusste nicht, ob alles gut geht. Ich wusste nicht, ob die neun Monate liegen, sich auszahlen würden. Ich hatte weiterhin Kontraktionen und so weiter und so fort. Und ich habe an den Abenden immer visualisiert und es hat mir so geholfen und so viel Kraft gegeben, weil ich konnte auch gar nichts anderes machen. Also habe ich versucht, mir alles gut zu denken sozusagen. Und wir haben das auch an dem Abend mit meinen Kindern gemacht. Wir haben uns alle Wünsche für Australien ausgesprochen. Wir haben uns überlegt, an welchen Stellen wir helfen können. Und wir haben uns alles, alles bis ins Detail ausgemalt. Mein Sohn hat sich gewünscht, dass die Blätter an den Bäumen wieder grün werden und die Menschen wieder fröhlich sind, wenn sie in ihr neues Zuhause einziehen. Meine Tochter hat sich gewünscht, dass es ganz lange regnet und die Koalas in ihren Auffangstationen fleißig paaren und viele Babykoalas machen, damit die Tierart nicht ausstimmt. Mein Mann hat sich was gewünscht. Ich habe mir was gewünscht. Und wir haben uns eine Stunde lang Dinge gewünscht und geträumt. Und am Ende ging es allen besser. Und sie sind sehr friedlich unter unseren beruhigenden Berührungen eingeschlafen. Und es war wirklich ein sehr, sehr magischer Moment für unsere ganze Familie. Und so esoterisch, wie Visualisieren auf viele Menschen wirkt, kann ich an der Stelle noch sagen, es passiert tatsächlich neurologisch etwas in so einem Moment. Ihr Gehirn ist durch das Visualisieren, durch das aktive Erschaffen von Gedanken und Gefühlen aus dem Alarmmodus, der praktisch innerlichen Stress und Ängste ausgelöst hat, ausgetreten. Denn ihr Gehirn oder unser Gehirn erlebt vieles in Bildern. Und wenn man sehr, sehr gut visualisieren kann, schüttet der Körper praktisch auch Glückshormone aus. Und das Gehirn kann nicht immer unterscheiden zwischen dem, was man sich vorstellt und dem, was tatsächlich passiert. Und so kann praktisch Stress abgebaut werden und man fühlt sich dann de facto auch messbar besser. Und als wir fertig waren, habe ich noch zu ihr gesagt, und nun Schatz, dürfen wir vertrauen, helfen und warten, dass diese Bilder wahr werden. Und auch ich vertraue, helfe und warte. Und das Visualisieren gibt mir und meinen Kindern in Momenten, wo wir hilflos sind und unter dem Weltschmerz leiden, ein Werkzeug an die Hand. Und ich persönlich glaube auch, dass das etwas bewirkt. Und das ist immer ein sehr schöner Ausklang auf jeden Fall zum Tag. Und wenn dein Kind mal traurig ist oder leidet oder irgendwas auf der Welt passiert, dann darfst du diese Übung gerne mal ausprobieren, weil sie ist wirklich sehr, sehr stark. Und es geht auch nicht darum, den Kindern vorzumachen, dass man sich alles schön denken kann. Aber man kann dem Kind sagen, das ist, was wir tun können. Und das alleine ist auf jeden Fall heilsam für dein Kind und vielleicht sogar für die Welt. Das war heute ein ganz kurzer Beitrag, aber ich wollte diesen Gedanken auf jeden Fall bei dir lassen. Und ich hoffe, dass ihr dir und deinem Kind und deiner Familie auch viele magische Momente beschert. So, das war's für heute beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao!